hallo leute und herzlich willkommen zu einem kleinen video heute bin ich unterwegs mit den netten manuel hi yo ich bin mal heute wieder unten ohne stativ unterwegs lol weil die kurs ich hatte keine zeit mir das mitzunehmen und ja ich weiß dass du mich jetzt zu flamenwurst rum weil es ja wackelt und wir machen heute halt wie gerade sind das hier ist die glücksburger heide und wir stehen hier gerade am feuerwachturm bei arnsdorf wir sind zwar nicht in arnsdorf aber egal was sagst du dazu manel menschlich gesehen abstoßen da stimme ich dazu und das heißt wir dann jetzt heute noch ein bisschen fotografieren und ich wollte einfach daraus eine kleine foto compilation machen diese dann die besten bilder von mir und manuel und ihr könnt dann ja abstimmen in den kommentaren welche fotos besser waren oder ich mache vielleicht auch oben da abstimmung jedenfalls da ist noch die sonde die schon gerade untergeht und wir tun jetzt dann gleich euch die bilder abspielen die wir dann zusammen gemacht haben und ihr sagt dann einfach welche besser waren die familie oder die von manuel beziehungsweise manuel fotografiert mit seinem iphone und ich mit meiner kamera ganz normal und das heißt dass wir dann ein bisschen unterschiedliche qualität haben aber ihr müsst ja nur anhand der fotos nicht an dem also ihr müsst nicht an der qualität sondern anhand der fotos bestimmt welche besser sind meine oder seine und ich tue das auch immer so unterschreiben wer wessen fotos das sind ja ok ich habe jetzt nicht lange jetzt kommt die fotos chao ja ja Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018